Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr eure Pets für Robux verkaufen könnt. Doch zuallererst... Ich kann nicht schneller laufen. Hier, immer schon ein Merch kaufen. Danke. Das Ganze könnt ihr machen in diesem Spiel, Adopt Pets, ein Klammer-Donation-Game. Da gehe ich einfach mal rein und dort könnt ihr eure Pets für Robux verkaufen. So, und angekommen in dem Spiel, werdet ihr erstmal zu einer leeren Booth geleitet, so wie man schon kennt. Die können wir jetzt claimen, indem wir hier E drücken. Bam. Und hier habt ihr schon ein paar Standard-Pets, die ihr verkaufen könnt. Aber richtige Robux könnt ihr natürlich machen, wenn ihr eure eigenen Pets anwerft. Ich nehme dafür einfach mal ein Empty-Pet. Und der Editor hier drin, der ist ziemlich gut. Ihr könnt hier sehr viele verschiedene Formen auswählen. VIP können natürlich noch speziellere Formen auswählen. Zum Beispiel können wir hier den Kegel 5 nehmen. Den füge ich jetzt hinzu, da haben wir ihn. Wenn ich den auswähle, seht ihr, es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ihr 1 drückt, könnt ihr es verschieben. Wenn ihr die 3 drückt, könnt ihr es vergrößern und verkleinern. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, dann wird es auch proportional vergrößert und verkleinert. Und ich würde sagen, das hier werden Beinchen. Und damit das Beinchen werden, ich würde sagen, das werden so solche Beinchen. Ja, Mann. Und dann drücken wir die 2, schieben den einmal hier rüber. Drücken die 4 zum Rotieren und rotieren das einmal so. Ah, hier gibt es nur so ein Raster. Kann man das Raster ausschalten? Sicher kann man das ausschalten. Einstellungen, Achse. Hier, drehen, 22,5 Grad. Daraus machen wir mal 1 Grad. Und dann könnt ihr auch viel smoother drehen, damit ihr wirklich richtig viel Möglichkeiten habt. So, das ganze Ding dupliziere ich jetzt nochmal, indem ich hier einfach auf Duplikat drücke. Und dann haben wir einen zweiten davon. Jetzt ist die Möglichkeit um den, ja hier, Achse global. Und jetzt stelle ich die um auf lokal. Okay, das scheint nicht zu funktionieren, dass die Achse global funktioniert. Doch, sie funktioniert global. Ihr müsst es nur einstellen, aber es wird halt so angezeigt. Okay, das ist ein kleiner Fehler. Aber jetzt stellen wir es wieder auf lokal. Oder ich lasse es einfach mal auf global. Ist eigentlich einfacher, global zu arbeiten. Dann drücken wir wieder die 4, um es so zu drehen. Dann, so, jetzt haben wir das zweite Ding. Gehen wir rüber. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Körper. Man würde sagen, der Boy wird fat. Aber nicht viel dahinter. Wir machen eine quadratische Schüssel. So, der muss auf jeden Fall dann größer werden. Oh, ich habe 14 Punkte bekommen. Achso, weil ich, wenn man in bestimmte Zeit im Spiel ist, dann bekommt man Münzen. Von den Münzen kann man dann auch irgendwelche Sachen kaufen. Das können wir alles noch herausfinden. Zuallererst skaliere ich das Ding hier natürlich größer. Das wird nämlich der Body von ihm. So, also ich muss sagen, das ist wirklich, von all diesen Donation Games, das am besten umgesetzte, das ich bisher sehen konnte. So, jetzt haben wir so ein Schüsselpad. Machen wir den so. Ah, der muss noch ein bisschen größer. Okay. Jetzt aber. Ja, jetzt passt das. Und das Ding wird dann auch wieder ein bisschen blauer, würde ich sagen. So ein hellblau. So ein typisches Robloxpad halt eckig. Brauchen wir noch ein Gehirn. Dafür gehe ich hier auf die nächste Seite. Da gibt es auch bestimmten Gehirn. Ein Schrägwürfel. Na? Kugel 4. Nehmen wir Kugel 4. Das kommt auch nah ran an ein Gehirn. So, Kugel 4 haben wir hier. Ah, ich muss näher heranzoomen, um es auswählen zu können. Ja. Ich habe Kugel 4. Okay. Es ist schwierig, Sachen auszuwählen, die in anderen Sachen drin sind. Also, sobald ihr etwas in einer Sache drin habt, vorsichtig sein. So. Ein Gehirn wird natürlich so ein bisschen pink. Na, eigentlich dort. In dem Bereich, ne? Genau. Das ist doch eine gute Hirnfarbe. So. Dann gehen wir wieder auf Duplikat. Schieben das da rüber. Schieben ein bisschen rüber. Machen es ein bisschen größer. Weil das jetzt so der Main-Hirnteil. Machen wir dann Duplikat. Schieben es runter. Machen es ein bisschen kleiner. Dann drehen wir das Ding auch noch ein wenig. Damit es nicht zugleich aussieht. Nein, ich habe daneben geklickt. Muss ich wieder reinzoomen, um es auswählen zu können. So. Ich mache einmal kurz den Körper hier weg. Kann ich besser auswählen. Genau so. Jetzt kann ich es wieder drehen. Ah, sehr gut. Dann wieder ein Duplikat machen. Schieben wir rüber. Machen wir kleiner. Schieben wir noch weiter rüber. Und dann wird es natürlich noch gedreht, um Variant zu schaffen. Und dann noch ein letztes Duplikat, das ich dann nochmal rüber schiebe. So. Und ich nehme jetzt wieder die Kiste, packe sie wieder dorthin, wo sie hin soll. So. So. Ich sehe gerade, der steht nicht ganz gerade auf seinen Beinchen. So. Und was die Beinchen können wir ja auch noch verschieben. Ich habe mich umentschieden. Ich mache noch ein Duplikat. Und zwar hiervon. Und das würde ich gerne löschen. Wenn ihr etwas löschen wollt, dann klickt ihr hier oben auf löschen. So. Das wollte ich duplizieren. So. Und jetzt nehme ich natürlich noch die Beinchen hier unten. So. Und so. Ich gehe hier auf Auswählen vielfach. Und dann wähle ich mehrere aus. Und dann schiebe ich die Beine so, dass sie mittig unter ihm sind, damit er nicht umkippt. So. Ich gehe wieder auf Einzelnen, weil ich will nicht immer vielfach haben. Und zuletzt würde ich sagen, braucht unser Pad noch ein Gesicht. Ich sehe gerade, man kann auch noch Materialien geben. Material. Was würde denn gut nach Gehirn aussehen? Sand, glaube ich. Ja, Sand sieht aber nicht aus wie Sand. Egal. Ich wähle jetzt nochmal alle Gehirnteile aus. Und mache die zu Sand. So. Und jetzt wählen wir natürlich hier noch ein Gesicht aus. Und da. Wollen wir ein Floppergesicht nehmen? Nee. Aber ich hätte gerne ein dummes Gesicht. Wir gehen mal auf die anderen Seiten. Die meisten Leute werden wahrscheinlich nicht wissen, dass es noch weitere Seiten gibt. Es gibt ziemlich viele schöne Gesichter hier. Oh ja. Wir machen ein Felix-Pad. Ah. Ich glaube, das ist ganz gut. Was ist ein Strahler? Ah, die kosten mich dann ein paar Coins. Ach so. Das sind dann Effekte, die um die Pads herum sind. Verstehe. Okay. Will ich nicht? Ja, ein Strahler. Und ich würde sagen, das reicht erstmal für das erste Pad. Wir gehen hier unten auf Speichern. Haustier erfolgreich gerettet. Haha. Und jetzt setzen wir noch einen Namen. Und wir nennen ihn erstmal Klaus. Das ist der Klaus. Speichern. Abschließen. Haustier erfolgreich gerettet. So. Und den Klaus. Den packen wir hier in den Käfig rein. Da ist der Klaus. Kommt in den einfachen Käfig rein. Und ich würde Klaus natürlich nur für 174 Robux verkaufen. Wenn ihr hier nichts habt, dann könnt ihr eine eigene T-Shirt-ID oder eine Gamepass-ID hinzufügen. Und die könnt ihr nehmen, von wo ihr wollt. Und wie gesagt, Gamepass-IDs sind kostenlos. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man Gamepass erstellt. Ich habe dazu ein Video gemacht. Das ist jetzt hoffentlich hier oben rechts auf dem I verlinkt. Aber ich gehe erstmal hier mit. Drücke auf Fertig. Und da ist er, der Klaus. Mein erstes eigenes Pad. Ich mag das eigentlich. Mir gefällt das Pad. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Padchen kriege. Ja, das kriegt auf jeden Fall ein Like von mir. Haunted Contest Entry. Achso, es gibt... Stimmt, es gibt ja auch immer Contests hier in dem Spiel. Und ihr seht hier Contest Theme Haunted. Das heißt, wir müssen eigentlich Geister machen. Und ich finde, Klaus sieht ja schon ein bisschen aus wie so ein Geist. Ich meine, sein Hirn guckt oben raus. Er ist so hell. Er ist auf jeden Fall ein Geist-Pad. Finde ich sehr gut. Ich würde sagen, ich mache dann aber noch ein Pad. So. Dann fangen wir wieder... Augenblick. Abbrechen. Crafter. Oh, ich dachte gerade Crafter wäre gekommen. Das ist immer so ein Moment, wenn Crafter aus dem Nichts kommen. Okay, kurz gedacht. So, machen wir einen neuen. Wir gehen auf Einfügen. Und ich würde sagen, heute brauchen wir mal ein wildes Pad. Vielleicht eins, welches aus Ringen besteht. Uh. So, Größe ändern. Machen wir mal die Soundeffekte ein bisschen leiser. Weil die sind schon ziemlich laut. Das sind zum Glück nicht so viele. So, dicht drehen wir so. Wo hier... Das würde ich gerne rückgängig machen. Wie geht rückgängig? Hier oben geht rückgängig machen. Okay. Weil jetzt stelle ich bei den Achsen wirklich 45 Grad ein. Damit ich nur noch um 45 Grad drehen kann. Damit habe ich jetzt mehr Kontrolle über die Winkel. Gehe dann wieder auf Duplikat. Und drehe das dann zweimal um 45 Grad. Also um 90 Grad. So. Sieht gar nicht so cool aus, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Egal. Und dann mache ich noch ein Duplikat. Den drehe ich einmal hier um 45 Grad. Und einmal hier um 90 Grad. Jetzt haben wir schon eine interessante Form geschaffen. Diese Ringe hier wähle ich jetzt nochmal aus. Und zwar, natürlich gehe ich hier unten links auf Auswählen vielfach. Damit ich die alle auswählen kann. Ich kann übrigens auch hier links einfach auf Auswählen klicken. Hätte ich eigentlich vorn machen können. Geht viel leichter. Achse packe ich wieder auf Global. Und dann skaliere ich das größer. Oh, das Skalieren funktioniert nicht so ganz. Gängig machen. Also globale Achse beim Skalieren ist nicht ganz drin. Na gut, dann mache ich nochmal rückgängig. Dann währe ich auch nochmal die beiden hier aus. Und lösche die. Und dann fange ich mit dem an und skaliere das erstmal größer. Weil die Ringe müssen wirklich groß sein. Sonst macht es keinen Sinn. So, jetzt nochmal. Duplikat. Drehen um 95... Ne, um 90 Grad in dem Fall. Dann noch ein Duplikat. Drehen um 45. Und dann um 90 Grad. So, jetzt ist es schon mal besser. Ich wähle dann all diese Ringe hier aus. Ich gehe wieder auf Auswählen. Vielfach. Baba. Und heute... Wir sind bei Haunted. Ich glaube, ich bleibe bei diesem blauen Theme. Es passt einfach besser zu Haunted. Vielleicht nehmen wir diesmal Ice Material. Uh. Shiny, shiny. Wir packen die Transparenz etwas höher. Ah, vielleicht Neon? Wo ist Neon? Neon. Neon. Wo ist Neon? Hier ist Neon. Uh. Ne, Neon, lass mal sein. Ist zu viel des Guten. Wir bleiben bei Eis. Dann gehen wir wieder auf Hinzufügen. Wir haben hier jetzt noch eine kleine Kugel rein. Dann wähle ich die Kugel aus. Und die Kugel will ich in der Mitte haben. Nice. Das wird schwer hier, die Mitte zu treffen. Dabei, das ist schon relativ mittig. Jetzt müssen wir es jetzt ein bisschen nach vorne ziehen. Vielleicht wieder ein bisschen nach hinten schieben. Von oben, von der Seite. Ja, das ist ungefähr die Mitte. Ich bin zufrieden. Okay. Und das Ding kriegt jetzt ein starkes Blau. Und wird dann doch Neon. Ich wünschte, ich könnte diese Dinger hier noch animieren. Das wäre stark. Das wäre wirklich stark, wenn ich das könnte. Aber das kann ich nicht. Jetzt braucht das natürlich noch ein Gesicht. Und zwar das hier. Na gut, das Gesicht ist blöd. Dann vielleicht... Jetzt ist es einfach so ein Pokémon. Ähm... Das? Ja, das ist... Das sieht nicht so nice aus. Aha. Ja, jetzt hat es ein Gesicht. Jetzt ist es ein Pet. Ab jetzt ist es ein Lebewesen. Das Gesicht passt. Ich kann zwar nicht wirklich gucken in jede Richtung, in die es guckt. Das ist irgendwie verdeckt. Aber das ist in Ordnung. Kann ich mir jetzt einen Strahler leisten? Ich gehe mal auf Strahler. Die kosten alle tausend. Auf der zweiten Seite auch. Da muss ich noch eine Weile warten. Ich habe gerade mal 486 Münzen. Und die Strahler, die es hier gibt, die gefallen mir alle nicht. Zyrenschrauben. 38 Robux. Ah, fürs Video kann ich es einmal machen. Komm. Ah, Augenblick. Ich habe mir jetzt 5000 Coins gekauft. Das heißt, ich kann auch die anderen Sachen angucken. Wie wäre es hiermit? Ui. Ich weiß nicht. Wie sieht denn das aus? Elektrisch. Vielleicht elektrisch? Ich kaufe mir mal elektrisch. Ja, komm. Elektrisch passt gut. Das können wir so nehmen. Perfekt. So, und ich würde sagen, das können wir jetzt erstmal so lassen. Den nehmen... Den nennen wir einfach... Slay. Das ist der Slay. Der wird gespeichert. Und abgeschlossen. So, Slay ist fertig. Kommt dann hier an den Knasht. Und hier wähle ich dann meine Game Pass-ID aus. Einen Augenblick. Da hole ich die ID von dem Based VIP Game Pass raus. So, Game Pass-ID hier. Und Slay kriegt keinen Käfig. Hallo, Slay? Na gut, er braucht... Dann kriegt er einen Vogelkäfig. Ne, ich hätte einfach die Game Pass-ID auswählen können, oder? Egal. Vogelkäfig. So, dann war Slay. Sitz ziemlich weit oben in dem Vogelkäfig. Ah, sehr schön. Die GIs gefallen mir nicht so sehr. Aber technisch ist das Spiel echt gut umgesetzt. Und ich meine, das sieht doch aus wie ein respektables Pad, ne? Jetzt haben wir hier unseren Klaus. Dem geht's nicht so gut. Dann haben wir Slay. Dem geht's ein bisschen besser. Und zum Abschluss müsste ich jetzt noch ein drittes Pad machen. Aber irgendwann muss das Video auch vorbei sein. Das Geheimnis, um in diesem Spiel einfach erfolgreich zu sein, um viele Robux zu verdienen, ist eigentlich, coole Pads zu bauen, die andere Leute noch nicht so gesehen haben. Ihr könnt hier nicht hingehen und dann sagen, mhm... Und dann irgendwelche Ideen klauen, die euch gefallen. Sondern ihr müsst irgendwelche einzigartigen Ideen haben. Oh, das ist lustig. Das ist lustig, weil der ist so richtig abseits. Wie hat die denn das gemacht? Das ist ein richtig cooles Pad. Da wurde viel Zeit reingesteckt, dass das so aussieht. Das kriegt von mir ein Like. Weil die Leute, die in solchen Spielen erfolgreich sind, sind immer die, die was Besonderes machen. Zum Beispiel hier so ein Flopper. Da steckt keine Arbeit hinter. Das ist jetzt einfach nur so ein Block, wo zwei Dinger oben drauf gemacht wurden und das Flopper-Gesicht. Das kriegt von mir kein Like, weil hier steckt keine Arbeit drin. Das hier schon eher, aber ich gehe davon aus, dass das auch geklaut worden ist. Das sind einfach Toiletten. Das ist auch schön. Eine Flopper-Toilette. Ich meine, es ist ein Theme. Der Typ hat Toiletten. Eine Among Us-Toilette, eine Scary-Toilette und eine Flopper-Toilette. Kann man machen. Und ihr könnt eure Fantasie hier freien Lauf lassen. Der Dino sieht auch ganz cool aus. Oder hier einfach komplett übertreiben mit Effekten und so. Warum auch nicht, ne? Aber in solchen Spielen kriegen, wie gesagt, immer die Leute, die meisten Robux, die auch die besten Ideen haben. Und das hier, was ich hier so habe, ich finde, das sieht ganz cute aus. Aber es ist jetzt kein Banger. Es ist jetzt nicht so, boah, das muss ich kaufen. Ich finde es aber ganz süß. Also Klaus habe ich gut gemacht. Slay ist halt so Standard. Kriegt trotzdem ein Like von mir, weil es ist mein Patch. So. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao. Bis dann.